Edeka Osa ist Lebensmittel-Nahversorger hier in Iffitzheim und für die Region seit nahezu 40 Jahren. Wir bieten aus Verkäufer, Einzelhandelskaufleute, Handelsfachwirte, frische Spezialist. Man füllt natürlich auf, man macht Bestellungen, man muss verschiedene Listen durchgehen und auch gucken, was im Angebot ist. Man hat auch sehr viel Verantwortung. Frau Osa steht immer auf unserer Seite von den Azubis. Wenn wir mal einen Fehler machen, sind wir Azubis und das ist kein Problem. Wir verstehen uns alle ziemlich gut. Ein paar privat auch sind wir befreundet. Lebensmittel braucht man immer, gegessen wird immer. Ich denke, es ist einfach ein Beruf mit Zukunft. Sobald man Edeka Osa im Lebenslaufsteher hat, hat man ziemlich gute Chancen. Man hat gute Abwechslung hier. Jeden Tag ist jemand anders da. Man kann immer was tun. Ich habe hier Anfangen und ich bleibe auch hier. Wenn dir das gefallen hat, bewirb dich ganz schnell bei uns. Wir freuen uns auf dich. Gerne auch für ein Praktikum vorab.